Beim ORF Frühschoppen in Mariazell war diesmal viel Muskelkraft im Spiel. Die stärksten Männer Österreichs haben sich im Stämmen von Bierfässern oder auch Baumstämmen geradezu überboten. Eine sehr schweißtreibende Sache, aber dem Publikum hat's gefallen. Muskelkraft der Superlative haben die stärksten Männer Österreichs in Mariazell eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Mit dabei auch der stärkste Mann der Welt. Man isst viel, man trainiert ein bisschen was und zieht halt LKWs und trägt schwere Koffer herum. Dann geht's irgendwann einmal. Wir haben einen Reifen mit 350 Kilo, wir haben einen Joch, das ist zum Tragen mit 350 Kilo. Wir bewegen da wirklich Tannen in kurzer Zeit. Nicht nur stark sind sie, sondern seit Neuestem auch musikalisch, die Styrian Strongmen. Zum steirischen Kräftemessen wagten sich dann sogar die Edelseer im Kampf gegen den stärksten Mann der Welt. Und in diesem Fall endete das Duell Bizeps gegen Stimmband mit 1 zu 0. Und in diesem Fall endete das Duell.